Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den I&G Markets Chartflash für Montag, den 9. August. Gut, wir beginnen am heutigen Montag im Chartflash wieder mit dem S&P 500. Wir konnten in der Vorwoche im S&P 500 ein neues Allzeithoch erreichen bei 4.440 Punkten. Danach ging es wieder etwas bergab. Wir sind dann aus der Woche bei 4.436 Punkten gegangen und notieren Vorbesslich am heutigen Montag bei 4.420 Punkten wieder etwas tiefer. Wir kämpfen weiterhin mit der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals. Die Luft ist hier aktuell sehr dünn. Es bleibt weiterhin die Frage, ob wir hier nach oben durchbrechen können. Seit mehreren Wochen pendeln wir hier bereits im S&P 500 an diesem Widerstandsbereich und damit weiterhin in sehr dünner Luft. Aus dem jüngsten COT-Report, der am Freitagabend veröffentlicht wurde, ging hier vor, dass die Commercials, die US-Profis, ihre Short-Positionen auf den S&P 500 weiter ausgebaut haben im Wochenvergleich. Die gehen also davon aus, dass wir hier höchstwahrscheinlich wieder nach unten abdrehen werden und dann eine längere Korrektur einleiten werden, also nicht nachhaltig hier aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen werden. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar konnte hier seit der Bodenbildung um 1,175 Dollar wieder nach oben ansteigen, dabei den 10er EMA nachhaltig nach oben durchbrechen. Das ist ihm vorher in der Abwärtsbewegung hier nicht gelungen und damit wurde dann ein Stärkesignal generiert und damit war dann auch klar, dass die Aufwärtsbewegung hier keine normale Aufwärtskorrektur ist, sondern sich etwas weiter fortsetzen könnte. Wir haben dann angenommen, dass die Aufwärtskorrektur bis zum 50er EMA und 200er EMA hochläuft, weil hier sich der nächste große Widerstand befunden hat. Das Verlaufshoch wurde dann bei 1,190 Dollar erreicht und in der Folge tendierten wir hier zunächst etwas seitwärts unter dem 50er EMA, prallten dann aber wieder am 50er EMA nach unten ab und durchbrachen dann auch den 10er EMA und bildeten dann im Bereich von 1,174 Dollar ein neues Verlaufstief. Das Verlaufstief bei 1,174 Dollar liegt damit unter dem vorherigen Verlaufstief bei 1,175 Dollar. Wir könnten nun hier mit der aktuell bullischen Tageskirze für den heutigen Montag wieder nach oben ansteigen, eine Aufwärtskorrektur durchführen und dann wird es wieder spannend, ob wir im Bereich um den 10er EMA erneut wieder einen Verlaufshoch der Aufwärtskorrektur erreichen und hier wieder nach unten abprallen oder ob wir hier erneut nachhaltig nach oben durchbrechen können. Short Positionen würden sich aktuell weiterhin im Bereich des 10er EMAs anbieten und sollten wir dann hier von oben nach unten erneut unter den 10er EMA durchbrechen, dann wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen und mit einem Durchbruch unter das Verlaufstief bei 1,174 Dollar. Gut abschließend machen wir dann weiter mit dem Wert Apple. Apple befindet sich hier im Wochenschart, den wir hier vorliegen haben, erneut an der oberen Trendlinie, an der oberen Widerstandslinie. Wir haben hier zunächst drei Verlaufshochs ausgebildet bei 137,98, 145,09 und 150 Dollar. Wir sind jeweils hier direkt an der oberen Trendlinie hier nach unten abgeprallt und befinden uns nun erneut seit Wochen hier an diesem Widerstand und dürften höchstwahrscheinlich auch wie bereits zuvor wieder nach unten abprallen und dann eine längere Abwärtsbewegung einleiten, die dann etwas über dem 50er EMA wie bereits zuvor dann auslaufen sollte. Es bieten sich also hier langfristige Shortpositionen an unterhalb des Widerstands, die man dann etwas über 150 Dollar absichern könnte und als Anlaufmarke auf der Unterseite könnte man dann ungefähr den Bereich um 125 Dollar annehmen. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich will nämlich wieder am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call, wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und einen schönen Wochenbeginn. Vielen Dank.